Der erste Drehtag war Ende April, das heißt wir sind schon sieben Monate dabei und in der Tat ist sehr viel passiert. Für uns war es ein sehr interessantes halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr, weil wir natürlich sehr viel mit der Mannschaft vor allen Dingen Zeit verbracht haben, sehr viel reingucken konnten, wie ich fand. Drei Trainer erlebt haben schon in der Zeit, was ja auch nicht alltäglich ist, wenn man mit so einer Doku anfängt. Für uns ist es nach wie vor spannend und natürlich, wenn man so viel bei der Mannschaft ist und beim Verein ist, dann viel macht man mit und man leidet natürlich im Moment auch mit, weil wir ja auch natürlich wissen, um was es für den MSO geht. Natürlich ist das alles sehr von Emotionen geprägt auch, sowohl bei der Fanseite als auch die Mannschaft, die natürlich auch glaube ich ziemlich viel auf den Schultern hat im Moment aufgrund der Tabellensituation und aufgrund der gesamtsportlichen Situation, weil alle wissen, was für den MSO auf dem Spiel steht. Für uns macht es das natürlich auch nicht leichter, unsere Aufgabe zu drehen, wenn so wenig Erfolg da ist und die Situation so schwierig ist. Natürlich ist das schwieriger dann, mit den Spielern zu sprechen, mit dem Trainer zu sprechen, mit allen Beteiligten zu sprechen, weil natürlich eine ganz andere Grundstimmung da ist in der Mannschaft, beim Training, wo auch immer wir sind, ist es natürlich anders, als wenn die jetzt auf einer Erfolgswelle schwimmen würden und das macht es für uns auch nicht leichter, aber nicht aus dem Grund, sondern auch einfach, weil es uns grundsätzlich freuen würde für den MSV jetzt mit dem Dreier in die Winterpause zu gehen.